Hallo, ich bin Maximiliane Buchner und wir sind hier im Stammhaus der Sparkasse Oberösterreich. Hier und hier fanden bis vor kurzem unsere Kunstausstellungen statt, aber damit ist jetzt Schluss, denn unser Haus startet in eine große Umbaumaßnahme. Keine Kunst mehr, stattdessen Baulärm und wir sind übersiedelt hier in der Tabakfabrik. Genauer gesagt findet ihr uns im Haus Falk. Hier sind wir umgeben von historischen Objekten, von gesicherten alten Plänen und auch von einigen Bildern aus unserer Kunstsammlung. Daneben findet ihr immer wieder ganz frische zeitgenössische Kunst. Außerdem sind wir Mitglied im Verein ArtMagazin. Wir freuen uns über zahlreiche neue Kooperationen, Netzwerke, die sich schon anbahnen. Das kann man gut sehen an Daki. Sie ist zu Besuch bei uns aus dem Atelier von Nesrubi. Also sind wir ganz glücklich und freuen uns über viele, viele, viele neue Begegnungen und Zusammenarbeiten.